Wir hatten hier die Brücke runtergelassen und da müssen wir dann jetzt auch durch. Spannend was jetzt noch kommt, dann ist das schon wieder so dunkel hier. Ich sehe erstmal gar nichts. Wir haben keine Chino-Roxes. Verdammt. Let's get going. Ja, das ist immer sehr beruhigend. Das Problem ist, wir haben keine Tinder-Boxes mehr. Was ist das? Hier ist ein Zettel. The strange death among sister. Ach, das ist schon wieder so viel. Eine Tinder-Box. Hier ist auch eine Lampe, also... Da brauchen wir jetzt nicht dauerhaft das Taschenlicht. Crystal clear, a few cuts and brushes. Das ist schlecht. Wir haben auch kein Laternenöl mehr. Das ist ein bisschen sehr schlecht. Oh. Beruhigend. Ein Kiki. Dankeschön. Dankeschön. I feel for Daniel, for he is reckless. He is tainted by his approaching shadow and will not be able to pass the gate. Will he able to accept this in the end? My love, I've seen evil in him. How am I to trust him with the truth? What cruel irony that I have to do unto... Unto him what Agrippia did unto me. Oha. Kurzbesuch. Oh, Kiki! Wo ist mein Steak? Jetzt möchte ich auch ein Steak. Oh. Laudanum. Tinder-Box. Und nix mehr. Wir brauchen noch so viel mehr Tinder-Boxen, hab ich das Gefühl. Warum ist das hier eigentlich so... Alter, was ist das hier für ne Leichenhalle? Oh. Ne Leichenhalle. Okay. Ähm. Prima. Warte, den Heli. Ich hau gleich eins auf den Grill. Jo. Ich bin dann mal... Ich rufe dann mal meinen Helikopter an. Auf geht's. Ähm. Oh, die Sicht wird schon wieder verschwommen, verdammt. Aber hier ist wieder Licht. Das ist gut. Licht, Kakerlaken und Knochen. Was ist passiert? Warum sind alle so tot? Wo bin ich? Was ist passiert? Hilfe! Anyone! Hilfe! 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 Ich hab ein Banum gefunden. Ich hab so spät abends. I can't do that. Ich hab so spät abends. Ich hab so spät abends abends. Okay, alles sehr beruhigend hier. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Was sagt denn, ich habe doch hier das Journal. Notes. Mail. Mementos. A corpse in a morgue is only one day old. Feinde weggesiehen to safely traverse the surfs. Ach, stimmt. Ich musste ja... Ich musste das Giftgas da unten. Pankybatch who found the morgue looks like a part of surgical school. Einer dieser Körper ist erst einen Tag alt. Das ist ja super. Ah. Ich möchte da eigentlich meinen Tinder-Boxes nicht für verschwenden. Can't be older than a day. Okay, ja, was soll mir das jetzt sagen? Was soll mir das jetzt sagen? There is something missing. und jetzt in sein gehirn eingedrungen okay habe ich jetzt irgendwo gab es doch habe ich jetzt also das wacker ziehen wahrscheinlich da ist was durch die tür gebrochen ich habe nicht das gefühl freundlich gesinnt ist oh gott wird halt gerade ein bisschen mehr als irre oh Mist mich irgendwo rein klettern ich habe nicht den blassesten dunst wie ich hier raus kommen soll hier dann einfach raus ich will damit nichts zu tun haben hier 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 jetzt muss ich eigentlich erstmal irgendwie beruhigen hier 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 aber alles gut durch ist total im eimer aber alles gut hier 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 jetzt hier aber dann Stuhl. Waxen Pilze. Das ist ja super beruhigend hier schon wieder. Wir müssen erstmal dahin gehen, wo es herkommt, weil da kann es nicht sein. Ja, ich würde behaupten, an die Leiter kommen wir nicht ran. Und hier ist irgendein Maschinenraum. Zahnräder, Zahnräder. Oh, toll. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas gebracht hat. Okay. Hm. Okay. Entspann dich. Und brüll mich nicht an. Also ist er recht ruhig. So ist er noch ruhiger. Und so wird er wahrscheinlich wieder lauter. Okay. 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 Oh my. Es wurde scheinbar von der Maschine angelockt, als es so laut war. Vielleicht ist es ja ganz gut, wenn er von der Maschine angelockt wird. Man munkelt. Alter. Haben wir das jetzt verstellt? Hier ist nix. Wie viel Piep ist immer gut. The type seems to be loose. Kann man das abhammer und meißeln? Okay. Scheinbar nicht. Es ist aber auch neblig hier. Wie ist das? Ich will die Zahnräder da verlangsamen, bis ich da durchkomme. Vielleicht? Was bist du denn? Das ist aber schön. Das ist mir einfach nicht aufgefallen. Wie groß ist das? Die Maschine ist jetzt halt recht leise. Entsprechend dürfte sich ja hier auch nix irgendwie schnell bewegen. Ja. 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 Die Maschine. Ja, die vorne steigt, wenn ich da jetzt durchkomme. irgendwie? Aua! Nein. Die Hand reingehalten. Ist okay.